ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ahhhh Wenn du schiffst und rechts zum Mausra- äh ja im rechten Mausraße klickst und auf die nächste Produktion linke Maustaste dann wird es automatisch übertragen was du produzierst Ah ja, warte mal Ah cool Hey was, also shift rechts und dann... Ah ja Ok, cool Und? Ich hab mal, das klappt Ah, wegen Abholung So, das wird jetzt auch holziert Hmmmm mhm oh an der Seite ne keine größere Strommasten hm ok gut woan noch irren kann man den hier weg nehmen ne doch ne ganz so gut den kann man eh wegnehmen hm ja den nehmen wir erstmal weg so 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 das kann nix mehr abgeliefert werden ja reicht das mal die Schaltkreise sind fertig kann man eigentlich noch mehr machen das dauert so lange die brauchen so viel Schaltkreise eigentlich hier oben ja ne noch noch mal 5 so also 3 ich hab noch ein paar oder wir erforschen mal Effizienz Module Module ja so was ist das Schiffsträger rechts und dann linksklick auf das nächste und Schiffsträger halten ach so naja naja ist ja cool was ist das jetzt ausgefunden ausprobiert also ich wusste dass man es machen kann aber ich wusste nicht wie dann na na obwohl die kann man jetzt rüber nicht auch enger zueinander stellen oder na aber man kann es ja auch so lassen also in den letzten meinst du ja dann würde ich jetzt die Sonne alle wegmachen brauchen also ich finde schon ne ich finde na aber auf jeden Fall mehr geht ne weil dann klappt das hinten ne mehr hm ach na gar keine fertig ok ach hm das sieht als Sandhaus haha na gut mal gucken ob es klappt ich weiß nicht Ach, ich brauche noch Auswahl. Ich brauche wieder Eisen, dann ist mir hier ein bisschen was. Fehlen noch ein paar Strommasten. Ich mache welche. Haben die denn jetzt alles? Äh, da fehlen noch ein paar Greifer für die letzten. Auch die brauchen noch. Ja. Was sollen sie produzieren? Die sollen ein Modul. So. Boah. Ach, schluss. So. Ich produziere gerade Greifer, aber das dauert noch irgendwie für die letzten. Ich glaube zum Ausladen reicht eine normale. Ja. Wenn du welche hast. Aber da brauchen wir eine Kohle. Das ist auch wieder scheiße. Achso, du meinst Elektro. Ja. Ja. Kann man eben. Was? Hier wird es löchrig. Kann aber nicht wahr sein. Kann man das machen? Kann man eigentlich. Ja. Also mal. Dann wird das so. Dann kann man das. Vielen Dank. So, weil es noch beiden kommt. Okay, kriegt man gar keine Kurve hin. Okay, die Proaktion läuft. Hm. Oh. Hm. Das ist irgendwie nichts. Hm. Hm. Da müssen mehr Kabel hin. Na gut, hinten wird aber noch alles reingehen. So, brauche ich mal eine Abraumkiste. Das brauche ich nicht. Ja, da haben wir doch ganz viel. So, jetzt kann ich so viel weg. Vielen Dank. Na gut, gehen wir mal gleich mit der da hin, so. Na gut, komm ich irgendwann wieder. So, können wir wieder hochgehen. Wie siehts aus hier? Wie viel Solarmodul haben wir? Keine Ahnung. 47. Boah. Ach, Kupfer fehlt mir noch. Ich hab grad übertrieben viel Eis in meinem Inventar. Hast du noch einen langsamen Greifer? Langsamen? Nee. Mach ich mal noch einen. Gibt's denn die hier? Ganz hinten fehlt noch einer. So. Ganz langsam. Ach, hier fehlen auch noch zu schnellen. Genau. Ach, das fehlt ja auch noch. Ach Gott, das fehlt alles. So. Hm, kommt keiner mehr so krass viel an. Ich glaub wir brauchen ne größere Produktion. Und mehr Kupferkabel. Und mehr Kupferkabel. Und alles irgendwie. Ja. Ja. Da kommt hinten nix mehr an. Das ist doch scheiße. Wir brauchen erstmal ganz viel neue Kupferkabel. Oh, wo sind sie? Achso. Sieht so in der Kupferkabelproduktion aus. Wo ist sie denn? Ach, da fehlt Kupfer. Genau. Hm. Ich suche mal noch einen neuen Kupfervorkommen. Aus der Richtung. Damit noch die anderen Öfen ein bisschen aktiver sind. Ja. Ach, hier ist er noch aus. Gut, gut.